Herzlich willkommen bei West Art Live. Heute wieder mit wunderbaren Gästen. Ich habe hier Felicitas Hoppe, die Schriftstellerin, die im Mittelpunkt eines großen Filmprojekts steht. Schauspieler Tom Schilling, der gerade auch Musik macht, die sehr rockig und gleichzeitig sehr bewegend und anrührend ist. Milo Rau, einer der politischsten Theatermacher Deutschlands und der begnadeste Bratschist, nämlich Nils Mönkemeier. Außerdem wieder dabei der Künstler live im Studio, der Kunst macht. Heute ein Regiekollege Sebastian Binder wird einen Film drehen über diese ganze Sendung. In einer Minute muss er sie zusammenfassen mit seinem Kameramann Brendan Uffelmann. Und da kann man wieder so sagen, das gibt's nur hier. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, das Thema Politik und das Thema Kunst und Politik steht heute im Mittelpunkt der Sendung. Das Verhältnis des Künstlers zur Gesellschaft. Denn das letzte Wochenende war wieder ein sehr politisches. Wir haben gezittert. In Köln hat die AfD quasi die ganze Stadt lahmgelegt. Aber viele Menschen haben protestiert. In Frankreich hat Marine Le Pen wieder ein Prozent dazugewonnen. Und viele saßen zu Hause, haben ein bisschen gezittert und haben sich gefragt, was ist wieder los zurzeit mit der Welt. Wir leben in unruhigen Zeiten. Bei den Präsidentschaftswahlen in unserem Nachbarland Frankreich fordert die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit markigen Worten den Austritt aus der EU und die Verschärfung der Einwanderungsgesetze. Sie will den Islamismus ausrotten und die Todesstrafe ist kein Tabuthema mehr. Mit über 21 Prozent erreicht sie im ersten Wahlgang das beste Ergebnis aller Zeiten für die französischen Rechten. Gleichzeitig protestierten am Wochenende in Köln tausende Menschen gegen eine Partei, die auch mit fremdenfeindlichen Parolen Stimmung macht und damit Ängste schürt. Auf ihrem Parteitag versuchte die Vorsitzende, die Mitglieder auf einen realpolitischen Kurs zu bringen, erlitt jedoch eine schwere Schlappe. Das Ringen um die besten Kompromisse wird abgelöst von einem radikalen Gegeneinander. Pöbeln statt diskutieren scheint das Gebot der Stunde. Populisten haben Konjunktur. Mit Lügen und Verleumdungen machen sie Stimmung gegen alles Fremde. Und wollen bewährte Strukturen auflösen, wie etwa beim Brexit. Es geht ein Ruck durch Europa. Er kommt von rechts. Und er bringt unsere Werte in Gefahr. Am Samstag haben dagegen Bürger, Künstler und Prominente auf ihre Weise für ein buntes Miteinander demonstriert. Sie wollen nicht einfach abwarten, bis die dunklen Wolken sich verziehen. Denn Kunst und Kultur haben in diesen Zeiten eine besondere, eine essentielle Aufgabe. Nicht nur in Köln. Ich fand das wieder klasse. In Köln wurde geschunkelt gegen die AfD, so ist das richtig. Herr Rau, Sie machen politisches Theater und sind politischer Mensch. Haben in Frankreich gelebt und studiert. Wie ist denn das Wahlergebnis bei Ihnen privat angekommen? Ja, es ist eigentlich so rausgekommen, wie es angekündigt wurde. Also Macron hat knapp quasi in der Stichwahl gewonnen gegen Le Pen. Und jetzt wird sich zeigen, was ist. Ich denke, es hat ja sogar Fillon, also der wirklich rechtskonservative Kandidat, hat seine Wähler aufgerufen, auch für Macron zu stimmen. Mélenchon, der linke Kandidaten, alle anderen Kandidaten werden jetzt wohl mehr oder weniger zu Macron rübergehen. Ich würde denken, das ist ein 60-40-Resultat dann. Also ich sehe das eigentlich jetzt relativ safe. Persönlich war ich ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr für Mélenchon gestimmt haben, für einen linken Kandidaten, um auch mal eine wirkliche linke Position gegenzusetzen, diesem Rechtspopulismus, vielleicht sogar eine Form von Linkspopulismus. Also gewisse liberale linke Werte, weil Macron ja dann doch irgendwie so ein bisschen ein liberaler Mitte-Kandidat ist. Der sagt, es gibt kein Recht, es gibt kein Links. Wir versuchen einfach mal, noch mal fünf Jahre so weiterzumachen, wie wir es jetzt machen. Und da wäre es schon gut, es würde mal einen Ruck durch die Parteienlandschaft geben. Das Wort Ruck kann ich ja schon fast nicht mehr hören. Aber Sie machen ja oft Stücke in Ihrer Arbeit zu politischen Situationen. Und wenn Sie jetzt so etwas sehen wie zum Beispiel den AfD-Parteitag, haben Sie dann im Kopf schon, ob das was für eine Arbeit wäre? Und wie schnell würden Sie oder müssten Sie so eine Arbeit umsetzen? Ja, meine Arbeiten sind eigentlich teilweise tatsächlich sehr, sehr aktuell. Manchmal greifen Sie aber auch zurück auf Dinge, die 20 Jahre zurückliegen, die aber aktuell geblieben sind, weil sie vielleicht dramatisch sind, weil sie unter den Teppich gekehrt wurden. Also oft ist das ganz Aktuelle gar nicht so wahnsinnig interessant und oft ist das ganz Aktuelle auch im Grunde etwas, das wieder hochkommt, was sehr alt ist. Also ich meine, ich will jetzt nicht die Nazi-Keule schwingen und irgendwie 30 Jahre Vergleiche machen, aber natürlich hat man dann da plötzlich Parallelen und die sind als Künstler natürlich sehr, sehr interessant. Wenn man sich plötzlich fragt, warum ist die Linke so gelähmt? War sie nicht schon mal so seltsam gelähmt, dass es da faschistische Positionen gab? Und da werde ich natürlich aufmerksam. Da denke ich mir, wie kann ich das darstellen? Wie kann ich diesen Antagonismus in unserer Gesellschaft auf die Bühne bringen? Was ist dein Ansatzpunkt? Und dann sind es oft Figuren. Es gibt jetzt in der AfD keine wirklich charismatische Figur. Es gibt jetzt vielleicht im Untergang von Frauke Petry letztes Wochenende gibt es so ein ganz kleines Dramamotiv, was eigentlich ganz interessant ist. Die nächsten Vertrauten fallen ihr in den Rücken. Plötzlich steht sie ganz alleine da, ist isoliert. Da gab es sehr, sehr, ich sag mal, ästhetisch interessante Bilder. Man müsste aber tatsächlich lange warten, um zu gucken, wie entwickelt sich das, wie wichtig wird das wirklich? Weil aus Nahdistanz hat man ja oft das Gefühl, die Dinge sind unglaublich interessant, unglaublich wichtig und nach einer gewissen Zeit... Braucht man den Abstand? Das waren Nebenfiguren, ne? Das waren nicht spannend. Ich glaube, die Kunst muss ja oft ein bisschen den Abstand halten. Also es ist ja jetzt schon so, dass jetzt in den Zeiten, in unruhigen Zeiten, viele fordern, dass die Kunst sich wieder sehr politisieren muss und äußern muss. Frau Hoppe, für Ihr Werk, sehen Sie da einen Druck auf einmal, sich in der Arbeit politisch zu äußern? Oder sagen Sie auch, ich brauche als Schriftstellerin gerade den Abstand zur Tagespolitik? Also ich glaube, dass Kunst, also nicht nur die Literatur, sondern Kunst allgemein, also wie Sie es ja auch sagen, sie funktioniert eben zeitverschoben. Und deshalb ist das Ganze mit dem Ruck und jetzt muss und so weiter, das bekommt was leicht Hysterisches und was Zwanghaftes und plötzlich sieht man sich in der Rolle zu reagieren. Man wird ständig als Schriftsteller sowieso, als Theatermann ja auch, als Musiker vielleicht weniger, aber immer zu, wie sehen Sie das, äußern Sie sich dazu, geben Sie eine Meinung ab. Das Gewissen der Nation. Das Gewissen der Nation und dann beginnt man plötzlich selber sozusagen Phrasen gegen die Phrasen zu dreschen und fängt sich schon fast an zu schämen, weil man zu Hause sitzt und zehn Stunden lang an irgendeinem literarischen Text sitzt und denkt, hat das eine Bedeutung? Ist das relevant? Darf ich das? Darf ich das? Und da versuche ich mich selber zur Ordnung zu rufen und auch zu sagen, so Moment mal, also einfach hinhören und natürlich, ja, die Zeitverschiebung, also sich mit Dingen zu beschäftigen, genau wie Sie sagen, die eigentlich alt sind. Und das kann auch ruhig noch vor die Zeit der Nazikeule gehen. Also wenn man irgendwie mal ein paar Jahrhunderte zurückgeht, Beschäftigung mit Geschichte ist immer gut, aber es braucht halt verdammt viel Zeit und wir haben immer das Gefühl, wir hätten keine Zeit. Das macht die Sache natürlich schwierig. Bei der Klassik heißt es ja immer, Musik befriedet alles. Ist das ein Klischee für einen klassischen Musiker? Naja, die Musik ist ja an sich so, sie macht ja keinen Halt vor. Also ich kann jetzt auch einem Nationalsozialisten ein Stück vorspielen und denen berührt das vielleicht auch. Also das ist ja, da habe ich öfter so inneres Hemmnis, dass ich denke, hm, ich gebe jetzt quasi durch die Musik alles zu Menschen und ich weiß gar nicht, wer das ist. Und in letzter Zeit, komischerweise dadurch, dass die politische Situation so unruhig geworden ist, denke ich, einerseits eben soll die Musik vereinen, aber ich frage mich dann immer, möchte ich jetzt, für wen möchte ich eigentlich spielen? Also, und in dem Zusammenhang denke ich eben zum Beispiel, ich merke das jetzt auch gerade, wenn ich zuhöre, ich erwarte eben von Menschen, die mit Worten umgehen, dass die das sozusagen vielleicht für mich formulieren, aber das besser können. Und bei der Musik ist das ja quasi weg von allem Politischen und das ist ja eigentlich was sehr Menschliches, was ausgedrückt wird und gar nicht so, also was sehr emotional Menschliches, was gar nicht so sehr in die politische Richtung gehen soll auch. Aber man fragt sich dann oft, wer sitzt da unten. Ja, genau, also manchmal frage ich mich das schon, ja. Ich meine, als Schauspieler hat man ja eigentlich, ist man ja abhängig auch von den Drehbüchern oder Projekten, die auf dem Tisch liegen. Haben Sie das Gefühl, es kommen mehr Stoffe an Sie ran, die politischer formuliert sind oder ist eher die Gegenrichtung, dass man sagt, wir machen mehr Ablenkung? Oh, das, äh... Also in letzter Zeit quasi. Ja, nee, also Filmindustrie ist wahnsinnig langsam, ne? Man muss wissen, irgendwie um Film zu finanzieren und ihn auch zu schreiben, brauchst meistens vier, fünf Jahre Vorlauf. Also insofern ist es keine sehr, sehr direkte Kunst, also da ist, glaube ich, eher die Literatur oder die Musik oder Malerei prädestiniert. Und ich glaube auch gar nicht so, dass es immer so ein bisschen so einen Abstand gibt, weil ich glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hat nicht Michel Ullbeck in Unterwerfung genau diesen Wahlausgang vorausgesagt? Also eigentlich muss man nur dieses Buch lesen und es braucht offensichtlich so prophetische Künstler wie Ullbeck, die uns das zeigen können. Und den Sie ja sehr gut kennen, weil Sie ja ihn auch schon in einem Film von ihm gespielt haben. Nee, ich hab, ja stimmt, ich hab eine Figur von ihm gespielt, also Michel aus Elementarteilchen. Aber ich bin vor allem großer Fan von Michel Ullbeck. Sie machen ja jetzt Musik, Sie machen sowieso sehr viel und wenn jemand bei uns ganz viel macht in der Sendung, Gast ist, kriegt er ein Geschenk, der das, nämlich wir versuchen dann das Ganze schaffen, in einem liebevollen, handgeklöppelten, maßgeschneiderten Comic zusammenzufassen. Und den kriegen Sie jetzt. Wow. Bitteschön. Wer als Sohn eines Kartografen-Ehepaars aufwächst, wird entweder Erdkundelehrer oder Eisenbahnschaffner. Um diesem Schicksal zu entrinnen, probt Tom Schilling als Teenager systematisch den Aufstand, macht einen auf Punker, Sprayer, Skater oder auch mal Satanist. Und entwickelt ein Hobby, das über das Durchdeklinieren jugendlicher Subkulturen weit hinausgeht, die Schauspielerei. Bereits als Zwölfjähriger gerät er in die Fänge des legendären Berliner Ensembles, wo er von nun an auf kleinere Sprechrollen lauernd vor, auf und hinter der Bühne abhängt. Mit 16 flimmert er zum ersten Mal im Tatort durch die gesamtdeutschen Wohnzimmer. Dann, noch kurz vor dem Abi am John-Lennon-Gymnasium, der Durchbruch. Das Jugenddrama Crazy zeigt nicht nur, wie Keks wichsen geht. Sondern macht ihn aber auch Robert Stadelober zu so etwas wie Teenie-Stars. Auf die Irrungen und Wirrungen junger Menschen ist der heute 35-Jährige von nun an spezialisiert. So eine Art Anti-Till-Schweiger, der vom jungen Hitler bis zum persönlichkeitsgestörten Hacker einfach alles glaubhaft spielen kann. Als Maulfauler durch Berlin vagabundierender Loser in Oh Boy liefert er dann sein Meisterstück ab und gewinnt so ziemlich alles an Preisen, was man in Deutschland an Preisen gewinnen kann. Mehr geht eigentlich nicht. Vielleicht ein Grund dafür, warum der bekennende Nick-Kay-Fan sein stilvolles Zweifeln und rastloses Suchen nun erstmals in eine Welt voller Mörderballaden und Mollakkorde gepackt hat. Und hier ist sie, die Scheibe, die echte, das erste Album. Ja. Vilnius, das fühlt sich doch schon, das wollte man doch immer als Junge, oder? Ich glaube, ich wollte nur das, ja. Darum geht's doch, ist doch blöd, Scheiß auf die Schauspielerei, Hauptsache man ist Rockstar. Ich glaube, letzten Endes wollen alle Rockstars sein. Ich glaube es auch, ich glaube es auch. Das ist wirklich wunderbar geworden. Und Sie durften ja in die heiligen Hallen, in die Hansa Studios. Ja. Wo David Bowie, also ohne Druck, ne? Und Nick Cave, die großen Vorbilder. Da war beim ersten Mal, war da ein bisschen Muffensausen am Mikro? Oder haben eher die Geister gesprochen? Ich glaube, dass der, also ich bin ein super esoterischer Mensch geworden. Und ich glaube schon, dass der Geist dort ist. Aber ich muss auch nochmal sagen, es war kein Masterplan. Und irgendwie doch sehr esoterisch. Weil als ich mir Gedanken gemacht habe, wer diese Platte produzieren kann, habe ich mich so mit deutscher Musik befasst und bin immer wieder auf Moses Schneider gestoßen, den ich total verehre. Und dann, als ich ihn kennengelernt habe, stellte sich raus, dass er im Hansa Studio gelernt hat. Dass er 86, 87 dort angefangen hat und all diese Platten produziert hat. Und offensichtlich habe ich das gespürt. Und den haben Sie dann auch gekriegt? Den habe ich gekriegt, ja. Alles gut. Alles gut. Wo soll man sich die Musik am besten anhören? In welcher Situation der ideale Hörer, die ideale Hörerin, wo soll es stattfinden? Ja, also eben dieser Moses Schneider meint, das ist jetzt keine Zwiebelschneidmusik, sondern es ist eher klassische, weiß ich nicht, man braucht glaube ich eine Flasche Wein und viele Zigaretten und muss so zuhören. Und müsste im besten Fall auch das Album von vorne bis hinten durchhören, weil es einen Bogen macht und also wie so ein kleines Gesamtwerk ist. Und bei einer Vinyl-Platte natürlich dann umdrehen in der Mitte. In dem Fall musst du umdrehen, na klar. Das ist klar. Wenn man die Unterschiede vor dem Mikro zu stehen oder vor der Kamera, hat man beim Singen auch ein Drehbuch im Kopf oder einen kleinen Film pro Lied? Oder zumindest eine Lichtstimmung oder sowas? Nee, es ist ein bisschen komplizierter als beim Spielen. Also es ist sehr viel persönlicher, wobei ich in den Filmen auch schon immer versuche, die so persönlich wie möglich aufzuladen. Der Unterschied zur Musik ist, dass es noch purer und nackter ist und dass ich voll in charge bin, wenn man so will. Das ist ganz alleine dann auch, auch in dem Moment des Singens. Obwohl ja die Leute drumherum sind. Ich meine eher, wie es dann dazu gekommen ist und was wir da auf der Bühne verhandeln. Das ist mein Drehbuch, also das, was ich mitgebracht habe. Aber ja, das auf der Bühne ist, entweder es funktioniert und du lässt los und dann gehst du da in so andere Welten oder es funktioniert halt nicht und dann musst du dich damit abfinden, dass es nicht funktioniert. Und dann müsste man eigentlich abbrechen, wenn man der Kunst irgendwie was Gutes tun möchte. Aber beim Konzert geht das ja dann nicht, ne? Ja, ich meine, Leonard Cohen hat auch schon Konzerte abgebrochen. Er hat gesagt irgendwie, ich kann das jetzt nicht so spielen. Ihr klatscht jetzt immer da, weil ihr hört, das ist jetzt Bird on Wire. So, das gefällt mir nicht. Also wir hören ja gleich noch was. Da will ich hoffen, dass nicht abgebrochen wird. Dass wir uns hier angemessen verhalten. Ich wollte noch eine Sache fragen. Ein Projekt, was ich gelesen habe, was mich sehr, muss ich sagen, was ganz aus der Reihe von Ihrer ganzen Linie eigentlich liegt. Sie möchten mit Herrn Stahlober mal den berühmten Mai Krüger-Thomas-Gottschalk-Klassiker Zwei-Nasen-Tanken-Super-Neu-Verfilmen. Das sind natürlich schauspielerisch sehr große Schuhe, in die Sie da reinwürsten. Ja, es kam neulich schon eine neue Idee von Jan Böhmermann, der sagte, wir sollten das Leben von Thomas Gottschalk und Thomas Jauch verfilmen. Von Günther Jauch und Thomas Gottschalk. Günther Jauch, sorry. Vielleicht als Musical, mit Jazz-Kids-Soundtrack vielleicht. Ja, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. In diese Richtung, ja. Also ich freue mich. Aber das, was Sie gerade sagen, das ist jetzt 20 Jahre her. Den Film habe ich vor fast 20 Jahren gedreht. Das hat mich aber so angesprochen, weil ich dachte, das ist dann so Zwei-Nasen-Tanken-Trauer. Oder es wird dann so eine schöne Mischung, wenn das als Musical rauskommt. Wir hören gleich was. Das freut mich. Deshalb bitte ich Sie schon zur Vorbereitung auf den Moment, schon zur Band im Grunde, in die Entspannung. Und ich gehe mal rüber zu unserem Künstler, der heute die ganze Zeit arbeitet dahinter, zu Herrn Binder. Und guck mal, wie der Film, der heute gedreht wird, über diese Sendung, wie geht es denn voran? Ne, bleiben Sie ruhig sitzen, bleiben Sie ruhig sitzen. Wie geht es denn, wie geht es denn? Ja, wir testen jetzt gerade so ein bisschen. Wir haben eben ein paar Sachen aufgenommen und muss, ja, es ist halt so, einen Kurzfilm zu machen in so einer kurzen Zeit. Wir reden über eine Minute. Über eine Minute, ja. Und Sie drehen ja auch schon seit der Probenzeit mit. Da haben wir auch schon ein paar Sachen gedreht. Genau. Aber das ist auch für mich eine extreme Herausforderung, weil ich natürlich normalerweise sehr, sehr lange an Filmen arbeite. Und das überhaupt nicht gewohnt bin. Aber es ist natürlich eine interessante Erfahrung, weil man muss ganz schnell kreativ irgendwas raushauen. Ja, und das... Aber man hat natürlich nicht die Phase, in der man darüber nachdenken kann, reflektieren kann. Nein, wir wollen überhaupt keine Reflexion. Wir wollen puren Punk, pures Gefühl. Ich probiere es. Na? Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht. Lassen Sie mal den Tom Schilling in sich rein. Ja, okay. Direktheit, Grattheit und raus damit. Okay, okay. Ist vielleicht nicht ganz... Ich versuch's. Ich versuch's. So. Also, warum Herr Binder das übrigens auch machen darf und kann, ist Folgendes, was wir Ihnen noch erklären wollen. Er fiel auf letztes Jahr bei der Jury, bei der Publikumsjury von Westart, bei den Oberhausener Film, Kurzfilmtagen. Da gibt es ja immer einen Westart-Preis seit drei Jahren. Und auch dieses Jahr gibt es wieder eine Zuschauerjury, bei der Sie mitmachen können. Es gibt elf Plätze zu vergeben, also wenn Sie sich dafür interessieren, dann alle Infos auf unserer Homepage. Und, was ich eben noch vergessen habe, unsere heutige Facebook-Aktion. Wir haben heute das Thema Politik und Kunst. Wir wollen wissen, ob Kunst, also Politik in der Kunst, Sie eher interessiert oder eher abtören. Also Aktionen wie die Busse in Dresden oder die Banks, die Friedenstaube mit dem eingeschlossenen Schussloch. Finden Sie, das soll eher auseinander oder soll Kunst sich in den heutigen Zeiten stärker politisieren? Jetzt aber zurück nach Oberhausen. Wir stellen Ihnen vor, Herrn Binder und die Juryarbeit. Unsere Westart-Zuschauerjuries der vergangenen Jahre hatten ziemlich viel Spaß bei ihrer Arbeit. Auch in diesem Jahr soll es den Westart-Preis bei den internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen wieder geben. Im sogenannten NRW-Wettbewerb werden am Samstag, den 13. Mai, 13 Kurzfilme gezeigt. Und im Anschluss findet die Jury-Sitzung statt. Wenn Sie also Lust haben, auf einen langen Filmeabend und eines der neuen Jurymitglieder zu sein, dann bewerben Sie sich doch unter west-art.de oder auf unserer Facebook-Seite. Schon zum 63. Mal wird sich im Mai in Oberhausen alles um den Kurzfilm drehen. Vor allem für junge Filmemacher ist das renommierte Festival oft ein Karriere-Startschuss. George Lucas, Wim Wenders, Werner Herzog, Roman Polanski. Sie alle waren in jungen Jahren in Oberhausen mit dabei. Im letzten Jahr lief dort auch dieser Kurzfilm beim NRW-Wettbewerbsprogramm. Ein Film über Druck und über so manche Lebensweisheit. Du musst dich reduzieren auf das, was du brauchst. So, wenn du das nicht packst, dann hast du zu viel. Das ist... Der Regisseur von Überdruck, unser Studiogast. Am besten stellt er sich mal eben selbst vor. Ich bin der Sebastian Binder, Drehbuchautor und Regisseur. Und ich beschäftige mich gerne mit Problemen. Und da habe ich zurzeit Folgendes. Ich habe mich jetzt länger mit der Theorie des Drehbuchschreibens beschäftigt. Im Grunde der analytische Teil. Der kritisiert, aber im positiven Sinne. Die Kritik. Und dann gibt es natürlich noch die andere Seite der Medaille. Weil die Kritik, die braucht irgendwas zum Kritisieren. Das Kreative, behaupte ich jetzt einfach mal. Und die beiden Seiten, die kämpfen dann oft gegeneinander. Wie können die beiden Seiten jetzt Hand in Hand gehen? Ich könnte die Medaille zum Beispiel so knicken, aber dann würden die sich immer noch nicht angucken. Oder ich könnte das Ganze auch zerschneiden. Aber dann müsste ich auch mich zerschneiden. Vielleicht könnte ich das Ganze einrollen. Und dann würden die beiden sich in so einer Spirale irgendwie begegnen. Das muss ich mal ausprobieren. Kritik und Kreativität in inniger Umarmung. Das wäre schön, ne? Auf jeden Fall. Also Kritiker sind ja heute nicht da für diesen Ein-Minuten-Film. Also nur wir, die ja drin vorkommen. Die Darsteller, die dürfen ja auch was sagen dann. Welcher Arbeitsschritt ist jetzt gerade, wo sind Sie jetzt? Sind Sie jetzt beim Schneiden oder noch beim Drehen? Wir sind jetzt beim Schneiden. Wir haben jetzt die ganzen Daten von der Kamera hier gerade ins Schnittprogramm gezogen. Und versuchen jetzt gerade da etwas auszuwählen und zu gucken, ob das funktioniert. Was wir uns überlegt haben. Drehen Sie lieber oder schneiden Sie lieber? Ob ich lieber drehe oder schneide. Das Tolle am Filmemachen ist, es gibt einfach ganz viele unterschiedliche Arbeitsschritte. Und mittlerweile konzipiere ich eigentlich am liebsten. Aber es ist trotzdem natürlich toll, dass man im Schnitt dann nochmal an der Atmosphäre, an den Verhältnissen feilen kann. Weil das ist ganz entscheidend, dass die Tendenz nicht in irgendeine Richtung kippt. Ich will da immer gerne so eine Harmonie herstellen zwischen, ich würde schon fast sagen, den Widersprüchen. Also mich interessieren als Filmemacher besonders Widersprüche und diese Diskrepanz dazwischen. Das, was etwas in Spannung versetzt. Und das halt so herauszukristallisieren, das kann man tatsächlich sehr, sehr gut im Schnitt dann auch machen. Aber es braucht natürlich einen gewissen Vorlauf und muss vorbereitet werden. Also wir haben jetzt, was brauchen wir? Brauchen wir noch mehr Drama? Also müssen wir uns auf dem Sofa noch mehr streiten? Muss ich mich in jemanden verlieben? Würde das noch helfen? Sie haben auf jeden Fall einen tollen Soundtrack. Wir haben auf jeden Fall einen tollen Soundtrack. Weil, ja, da wird ja exklusiv jetzt von Tom Schilling und seiner Band quasi Musik rein. Also Musik ist ja beim Film sehr wichtig, ne? Wird das die prägende Soundtrack-Farbe werden? Das kommt immer darauf an. Man muss immer wissen, wo steht man gerade und eventuell ist dann Musik total verkehrt. Aber es kann auch sein, dass wir Musik brauchen. Aber was passiert, wenn wir es doppeln? Dann wird es wieder banal und es wird wieder zu linear und es fehlt die Spannung. Also wir bieten jetzt mal was an. Ich finde das also einen großen Luxus, Herr Binder, dass wir jetzt hier live so was hören dürfen. Denn jetzt kommt die Musik, die, sag ich mal, vielleicht den Film von Herrn Binder prägt. Auf jeden Fall heute unsere Sendung. Wunderschöne Rockmusik mit deutschen Texten. Hier kommt Tom Schilling und die Jazz-Kids mit Kein Liebeslied. Trink endlich aus und dann mach, dass du gehst. Nimm dir den Koffer, pack alles ein und mach, dass du gehst. Deine Sätze sind hohl, deine Versprechen sind leer. Und schön find ich dich schon seit Jahren nicht mehr. Bild dir nicht ein, ich vermiss dich, wenn die Tür hinter dir schließt. Bild dir nicht ein, ich glaub dir die Tränen, die du vergisst. So herrlich wie du lügt kein Mensch auf der ganzen Welt. Zu dir fällt mir nichts mehr ein, nur ein Lied. Ich hoffe, es gefällt. Aber das, aber das, aber das, aber das, aber das, aber das ist kein Liebeslied. Und schuld daran bist du. Aber das, aber das, aber das, aber das, aber das ist kein Liebeslied. Und schuld daran bist du. Heute Nacht wird geputzt, damit nichts von dir bleibt. Keine Spur wird man finden, kein einziges Haar weit und breit. Und bin ich dann fertig, dann tanz ich, dann tanz ich, dann tanz ich nackt und im Kreis. Ja, dann tanz ich, 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 dann tanz ich Du bist kein Liebeslied und Schuld darin bist du. Dann hat sie im Roman Hoppe eine Art Traumbiografie über sich geschrieben oder erfunden. Und im Moment ist sie der Mittelpunkt eines großen Filmprojektes. Sie geht mit Filmemachern zusammen auf die Antworten auf die wirklich existenziellen Fragen der Schriftstellerei. Warum schreibt man, wie lebt man mit Schreiben und wie überlebt man das? Wer schreiben möchte, wer ein Buch machen möchte, der muss sich zurückziehen, ob das in Berlin ist oder in einer Einsiedelei oder in einem Hotelzimmer. Er ist mit sich allein und mit seinem Papier oder mit seinem Bildschirm. Das heißt, es ist eine durch und durch einsame Tätigkeit. Im Schweizer Wallis findet Felicitas Hoppe die Einsamkeit, die sie zum Schreiben braucht. Ein Filmteam hat sie an ihrem Rückzugsort besucht und Einblicke in ihre Gedankenwelt bekommen. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Dadurch, dass der Raum so eng war und man ja trotzdem irgendwie Tiefe schaffen will, Tiefe im Gespräch schaffen will, Tiefe im Bild schaffen will, irgendwie ist es natürlich schwierig. Man hängt direkt aufeinander und muss trotzdem irgendwie Distanz wahren. Und man spürt dann auch diese Energie ganz anders, also viel intensiver. Also man prallt anders aufeinander. Entstanden ist eine beeindruckende Filminstallation, die gleich drei Leinwände bespielt und damit jeden Kino-Rahmen sprengt. Die Antworten aus Gesprächen mit der Schriftstellerin werden zu einem Monolog, ergänzt durch Impressionen, die ihren eigenen Rhythmus entwickeln, nur unterbrochen durch kurze Zitate. Vorgetragen von Nachrichtensprecherin Gundula Gause. Felicitas Hoppe sagt, ich habe Zeit meines Lebens davon geträumt, die Kunst auf die leichte Schulter zu nehmen. Davon träume ich eigentlich immer noch. Die Fragen, die mich selber auch beschäftigen, also all die, die um Kunst, um den Zusammenhang von Kunst und Leben sich drehen, dafür hat sie einfach Worte in einer Präzision und Konzentration, wie ich das von keinem anderen Menschen kenne. Den Gedankenstrom der Autorin begleiten Bilder der Schweizer Bergidylle. Ein Hauch von Freiheit, die auch die Künstlerin bei aller Selbstreflexion zu schätzen weiß. Kunst braucht einen Freiraum, Kunst braucht einen Schutzraum und dieser viel verpönte und immer wieder angegriffene Elfenbeinturm ist der Schutzraum, der Menschen oder Künstlern überhaupt ermöglicht zu sprechen. Sie spricht offen über Einsamkeit und Unabhängigkeit. Über Ängste und ihre Verantwortung als Schriftstellerin gegenüber der Gesellschaft mit teilweise verblüffenden Bekenntnissen. Ich habe auch in meiner frühen Zeit alles getan, um diesen Berufsweg zu vermeiden. Ich wollte nie Schriftstellerin werden. Und zwar, weil ich eine Nase dafür hatte, was das bedeutet. Der Film ist ein gelungener Annäherungsversuch an eine sensible Denkerin. Er beschreibt den wachen Blick der Büchner-Preisträgerin auf eine Welt, die auch zur Bedrohung werden kann. Und über ihre Strategien damit umzugehen. Felicitas Hoppe sagt, man muss bedrohlichen Zuständen mit Produktivität begegnen. Das ist nützlich. Jawohl, das muss man. Das wäre mein T-Shirt. Und man muss Klavier spielen. Da haben Sie viel und lang geredet. War das anstrengend eigentlich oder waren die Fragen so gut, dass das einfach sehr organisch kam? Naja, mein Problem ist, dass mich reden überhaupt nicht anstrengt. Und ich glaube, das Problem war eher für die Filmemacher, das aufzunehmen, das zu verarbeiten. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Stundengespräch das waren. Ich bin... Ungefähr? Also da müsste ich die fragen, weil ich denke mal, das sind dann schon so 20 Textstunden. Und wenn man die dann zusammenschneiden muss auf 80 Minuten oder zusammenschneiden darf, 80 ist ja schon ein irrsinnig großes Format eigentlich für so einen Film. Da kann ich nur sagen, Hut ab vor der Textregie. Ich habe damit auch überhaupt nichts zu tun. Ich habe gesagt, ich will den Text gar nicht sehen. Ich will auch die Transkription nicht sehen. Dann bin ich immer entsetzt darüber, wie viel ich da eigentlich erzählt habe. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass wenn man ja normalerweise, wenn Sie veröffentlichen, ja jedes Wort zählt. War das dann schwierig, quasi diese Kontrolle abzugeben? Oder haben Sie versucht zu reden wie gedruckt? Oder dass man sagt, ich gebe die Kontrolle ab über das, was dann an die Welt rausgeschickt wird? Nein, ich habe nicht versucht zu reden wie gedruckt. Ich habe geredet, wie ich immer rede. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung für dieses Experiment, für jemanden, der wie ich natürlich die Kontrolle über seinen Text hat, über sein Werk war, vertraue den Jungs und schaue, was dabei herauskommt, beziehungsweise überlasse es ihnen. Denn ich glaube, in dem Moment, wo ich Textregie gemacht hätte, wäre ich wirklich durchgedreht. Und dann wäre genau das eingetreten, worüber wir heute Abend auch sprechen. Ich hätte nämlich angefangen, mich zu zensieren. Ich hätte mich kontrolliert. Ich hätte gesagt, na, der Satz kommt nicht gut. Das wird peinlich. Das wird den Freunden nicht gefallen. Das wird dem Verlag nicht gefallen. Viele Dinge gefallen mir selber nicht mehr. Und damit muss ich leben. Und das finde ich eigentlich das Interessanteste an diesem Projekt. War das auch eine Art von Entspannung? Ne, entspannt war das nicht. Das war mit Ängsten verbunden, das war mit Stress verbunden und mit Verdrängung. Wie man das dann halt so macht, wie alle Künstler verdrängen, was sie so erzählen. Man ist dann unheimlich froh, wenn es vorbei ist. Und wenn man es hinterher sieht, sagt man hm. Jetzt sehen wir ja in dem Film viel von der Einsamkeit in der Schweiz, wo Sie arbeiten. Ist das, habe ich mir beim Gucken gedacht, Sie arbeiten gut in der Einsamkeit. Ist das ein Klischee über Kunst? Brauchen Sie das? Oder glauben Sie, dass das für jeden Künstler eigentlich eine gute Situation ist, diese Ruhe? Also ich glaube, dass über das Schreiben über die Kunst insgesamt so unendlich viele Klischees existieren. Unheimlich viele Mythen. Wobei man betonen muss, die Künstler bedienen das selbst. Das ist ja Teil unseres Geschäfts, dass wir lauter Dinge erzählen und uns stilisieren, sonst würde der Laden ja gar nicht laufen. Das ist auch Teil der Mythologie. Das ist, das muss sein, das ist eben Teil der ganzen Angelegenheit. Aber Faktum ist doch, wenn ich einen guten, gehaltvollen, qualitätvollen Text erstellen will, dann muss ich das alleine machen. Wobei ich weiß, es gibt Künstler, Schriftsteller, auch ein Klassiker, die gehen ins Café, die schreiben draußen, würde ich nie machen. Aber wenn es wirklich dann ans Eingemachte geht, ans Überarbeiten, also in die Endredaktion, das könnte ich jetzt nicht in einem Wiener Kaffeehaus machen. Nee, das glaube ich. Also für mich funktioniert das so. Spaß macht das nicht, aber das ist der Weg. Es muss sein. Wir dürfen jetzt ein endredaktionelles Werk hören, also einen Teil aus Ihrem Roman Hoppe, den Sie uns freundlicherweise lesen. Ich soll nochmal sagen, ich bin froh, dass Sie Schriftstellerin geworden sind und nicht das, wie es im Film vorkommt, vermieden haben und freuen uns jetzt über eine kleine Kostprobe. Ja, ich lese den Anfang aus diesem Buch, zu dem der Film eigentlich das Komplementärwerk ist. Das Buch heißt Hoppe und es beginnt so. Weltweit, egal welcher Zeitung, hat Hoppe immer dieselbe Geschichte erzählt, wie sie als Ratte mit Schnurrbart und Schwanz versehen, Wurst in der linken, Brot in der rechten, den Marktplatz ihrer Heimatstadt Hameln betritt, um sich im Freilichttheater unter der Führung des Rattenfängers vor Touristen aus aller Welt ein Taschengeld zu verdienen. Wie sie das eben verdiente sofort auf den Kopf haut, um danach mit dem verbliebenen Rest ihre vier Geschwister in einen Ausflug ins Miramare zu überreden. Eine Hamelner Eisdiele. Bis Hoppe sich 30 Jahre später endlich erhebt, um ein Schiff von Hamburg nach Hamburg zu besteigen und die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Ein Ausflug, nichts weiter. In ein paar Tagen bin ich zurück, sitze wieder am Tisch, der zweite Esser von rechts. So wenig beglaubigt ist, dass Hoppe jene viel zitierte Reise um die Welt auf einem Containerfrachtschiff tatsächlich persönlich unternahm, ist bekannt, dass sie bereits als Kind mehrfach die Weltmeere befuhr. Allerdings nicht als zweiter Esser von rechts, sondern als einzige Tochter eines Patentagenten. Die Hamelner Kindheit ist reine Erfindung. Im Film sagen Sie ja auch, Ihr Traum ist die Kunst auf die leichtere Schulter zu nehmen. Ich glaube, heute Abend, jetzt darf ich Sie in die Lounge zurückführen, zu einem Getränk. Ich hoffe, dass wir zur Leichtigkeit heute ein bisschen beitragen dürfen, trotz Talkshow-Situation. Und freue mich und bedanke mich für die schöne Lesung. Ich habe gerade aber zum Thema Einsamkeit, habe ich mir noch mal gedacht, dass der einsame Solist vom Orchester, wenn ich Konzertspiele mitgucke oder auch im Konzert sitze und dann kommt der raus. Der Druck, der ist doch wirklich einsam, oder? Ja. Obwohl da hinten viele, die spielen ja alle gleich mit, aber wenn man jetzt einen Fehler macht, oder? Ja, okay, das stimmt. Also Fehler sind nicht so schön, aber sie sind auch nicht das Ende der Welt. Und am Ende habe ich ja die Musik, die mich trägt. Also ich vermittle ja einen Inhalt und das hilft dann doch. Also wenn ich mich nur selber produzieren möchte, also zum Beispiel mich stressen so Virtuosen-Nummern, so Paranini, wo es nur darum geht, meine Finger sind hier besonders schnell, dann, und wenn das dann nicht klappt, dann ist wirklich gar nichts da. Also das macht mich total nervös. Weil das nur eigentlich fast Angeberei ist. Genau, genau. Aber in dem Moment, wo ich sozusagen mich in den Dienst des Inhaltes stelle, dann, also bin ich trotzdem manchmal noch nervös, aber ich kann damit besser umgehen. Und sind nicht einsam. Nee, hab ich, nee, finde ich nicht. Ich spiele ja immer für die Leute. Genau, die Leute sitzen da, das Orchester ist ja auch dabei. Frau Hoppe arbeitet in Einsamkeit, ihr habt alle Teams. Filmteams sind da, die Bands sind da, ist auch nicht einsam, würde ich denken. Ich habe auch noch einmal über das nachgedacht, was Sie gesagt haben, Frau Hoppe. Ich bin schon wieder anderer Meinung, weil ich spiele jetzt demnächst Berthold Brecht und der hat immer im Kollektiv geschrieben übrigens. Also immer mit vornehmlich Frauen in seiner Umgebung. Hat sie für sich schreiben lassen, ja. Ja, oder sie, ne, auf jeden Fall Leute, die ihn inspiriert haben und die so ein paar Sachen reingegeben haben und so. Also es ist nicht wirklich ganz ausschließlich so, dass man immer die Einsamkeit braucht, ne, als Schriftsteller, um zu schreiben. Ich rede ja vom Prozess des Schreibens und nicht von dem, was davor passiert. Nee, auch geschrieben, also die Drei-Goschen-Oper hat er mit Elisabeth Hauptmann zusammengeschrieben, ne. Also die haben sich dann die Bälle zugeworfen und so. Aber es ist ja bei jedem verschieden. Aber es ist ungewöhnlich wahrscheinlich. Nee, es gibt ja auch die Writing Rooms, also es gibt ja wirklich, das ist ja unterschiedlich. Also ihr Prozess kommt mir eben so vor, ganz gerade. Bei den Rau habe ich mir gedacht, der Regisseur, also entweder sagen sie, ich würde auch mal so ein geiles, einsames Solo-Projekt gerne machen, ohne die ganzen blöden Schauspieler. Oder man ist doch sowieso als Regisseur immer der einsame Wolf, der Oberboss, der allen sagt, und komm, biet mir was an und was spielst du denn da oder so. Ja, ich habe mir das auch so, ich habe, das liest das vor, er performt, er wird gleich spielen, was macht eigentlich der Regisseur? Sie können jetzt Kritik machen, Sie können sagen, wir können ein bisschen mehr so sitzen oder das Ganze von innen ein bisschen mehr füllen. Aber ich denke auch, also ich sehe das ein bisschen wie Tom. Also ich schreibe auch immer im Dialog, wir schreiben auf den Proben, wir schreiben nach den Proben, dann probieren wir das auf den Proben wieder aus, ob es funktioniert. Ich denke, das ist eine ganz andere Form natürlich im Theater oder auch teilweise im Film, als man das neben einem Buchschreiben macht. Ich glaube, dass er das... Braucht man denn nicht diese absolute Fokussierung, um sozusagen das Ganze so zu kristallisieren, dass das wirklich dann das wiedergibt, was man will? Weil ich meine, das ist das, ist das nicht, das wäre sozusagen der Prozess, der vor dem Arbeiten mit den Schauspielern passiert oder nicht? Ja, bei mir zerfließt es, es gibt schon jemanden, ich mache meistens Vorproben und da improvisieren wir wild, sprechen, machen was auch immer, alles Mögliche fließt ein. Dann ziehe ich mich zurück, nicht mit Frauen, sondern oft mit Männern, mit Dramatoren und wir schreiben einen Text. Und mit dem kommen wir dann in den Hauptprobenblock und den setzen wir dann ein Stück weit um. Ich würde es mal so zusammenfassen, ich glaube, Einsamkeit ist für jeden, der hier auf dem Sofa sitzt, ein unterschiedlicher Prozess oder ein unterschiedlicher Wert innerhalb der Arbeit. Lustigerweise bei den sogenannten normalen Menschen da draußen, die werden den Zustand auf jeden Fall alle sehr gerne sehr schnell losen. Und dazu gibt es jetzt einen Filmtipp von uns, der heißt nämlich auch Einsamkeit und Sex und Mitleid. Ein Film, der diese Woche ins Kino kommt nach dem Roman von Helmut Kraus, ein großartiger Film. Und das ist unser Filmtipp, bitteschön. Dieser Film ist der Hammer. Er zertrümmert unsere Vorstellungen davon, was im deutschen Kino möglich ist. Wir staunen, sind sogar regelrecht irritiert. Ich komme aus Bielefeld, meine Eltern sind Studienräte und ich wollte dich einfach nur ficken, okay? Die Grenzen, an die wir uns annähern wollen, die haben wir wirklich gemeinsam erforscht. Ich liebe dich. Ich liebe dich vom ganzen Herzen. Und Jesus liebt dich auch. Ja, denn Jesus, es geht mir im Arsch vorbei. Oder will der einen Dreier machen? Der Film wagt sich weit hinaus. Ins politisch Unkorrekte. Provokation pur. Entschuldigung, junger Mann, kommen Sie mal bitte. Ich will gar nichts Böses von Ihnen. Stellen Sie sich bitte einmal kurz hierher für meine Freundin. Ein potenzieller, hirntoter ES-Kanake, der dich nur als ein Loch mit was drum herum anzieht. Sag ihm, dass du keine Angst mehr vor ihm hast. Hast du über mich gemeldet? Zeig mir, dass du mich nicht mehr brauchst. Wir leben in einem freien Land, wenn es dir noch nicht aufgefallen ist, Meister. Da kann jeder seine Meinung sagen, außer er hat Angst. Wegen der Fotze frisst du dich über einen Mann oder was? 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Hallo? Warum bin ich eine Fotze? Warum? Weil ich blond bin. Weil ich deutsch bin. Weil du deshalb denkst, dass du mich ficken kannst. Ich trage keine Bucke. Ich lass mich nicht beschleiten von dir oder von dir einsperren, du Kranke-Wichser! Lass unsere Frauen in Ruhe! Die Frage, darf man das? Meint ihr das ernst? Kam schon das ein oder andere Mal. Und das war ja auch durchaus gewollt. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Der Punk-Spruch der 80er-Jahre kommt hier aus der Mitte der Gesellschaft. Einer deutlich angeschlagenen Mittelschicht. Es sind ja alles Menschen, die reden sich nicht ein, dass sie eine Depression haben, sondern die wissen, dass sie ein beschissenes Leben haben. Und beschissenen Sex noch dazu. Ohne Viagra läuft gar nichts. Also, sie nehmen mich von hinten vaginal, bis ich erneut komme. Bevor sie selber kommen, ziehen sie ihn raus, stecken ihn mir in den Mund und dort lassen sie ihn dann bis zum Schluss. Mit 15, 16 dachte man, im Moment ist es wahnsinnig kompliziert mit Liebe, mit Sex. Später, wenn man erwachsen ist, dann wird alles einfacher. Die Erfahrung zeigt, es wird nie einfacher. Gerade diese beiden Themenbereiche sind und bleiben immer kompliziert. Und dieser realistische Blick darauf, auch für junge Leute, der hat uns schon angetrieben. Realistische Blicke in einer, nun ja, Realsortierung. Ach Scheiße, was ist los? Entschuldigung? Komm in meinen Mund, Mann! Entschuldigung. Spritzen her, sorry. Was? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was soll denn der Scheiß? Meine Aufgabe in diesem Job ist es immer zu können. Und ich kann immer, weil ich dabei nie komme. Ich will sogar dabei nicht kommen, das habe ich meiner Freundin versprochen. Wie bitte? So, in der Moderation muss man auch manchmal einen harten Schnitt machen, meine Damen und Herren. Denn ich möchte Ihnen jetzt unseren Gast Nils Mönkemeyer näher vorstellen. Er ist nicht nur einer der besten Bratschisten, die wir haben, spielt mit den besten Orchestern der Welt, sondern er ist auch Professor für Bratsche. Und er leitet in Bonn das Elysium Festival, das jetzt Anfang Mai stattfindet. Und das stellen wir Ihnen jetzt mal exakt vor. Für mich war das schon als Kind so, dass ich diese Musik gehört habe und mich total darin verlieren konnte. Und das geht mir eben heute immer noch so. Ich finde, das hat so eine zeitlose Schönheit und es hat was sehr Tröstendes. Und ja, das ist was, was mich zurück zu mir bringt und zur Stille bringt. Und deswegen liebe ich diese Musik. Star-Bratschist. Im Grunde eine Erfindung, extra nur für ihn. Denn die Bratsche ist eigentlich nicht als Solo-Instrument vorgesehen. Nils Mönkemeyer beweist eindrucksvoll das Gegenteil und schreibt die Stücke einfach um. Eher per Zufall kam er von der Geige auf das fünfeinhalb Töne tiefere Instrument und verliebte sich sofort. Wenn es gut läuft, dann klingt meine Bratsche samtig und dunkel und warm und schnurrt wie ein Kätzchen. Und wenn es schlecht läuft, dann klingt sie nasal und wie ein überalter Whisky. Also das ist wie meine innere Stimme und meine innere Stimme klingt wie eine Bratsche. Als Solo-Künstler räumt er schnell zahlreiche Preise ab. Geboren in Bremen, Studium in Hannover, München und Salzburg. Mit 30 hat er schon eine Professur in Madrid. Heute lehrt er an der Hochschule für Musik und Theater München. Eine steile Karriere. Nils Mönkemeyer ist ein Vielreisender. Zuhause dort, wo er spielt oder unterrichtet. Gerade ist der 38-Jährige in der Kölner Philharmonie zu Besuch. Konzertprobe mit dem Bundesjugendorchester. Herzblut und Leidenschaft, das macht ihn so sympathisch. Nils Mönkemeyer ist jemand, der sich engagiert, der etwas erreichen will, auch über die Musik hinaus. Konkret zum Beispiel für Wohnungslose. Aber wie soll das gehen? Helfen mit klassischer Musik? Hier kommt jetzt Beethoven ins Spiel. Als die Beethoven Academy Bonn ihn zum Leiter des neuen Elysium Festivals auswählt, hat Nils die Idee. Eine Benefizveranstaltung mit Konzerten in Obdachlosenheimen. Partner ist die Bonner Caritas. Um Werbung für das Projekt zu machen, hat er in einer Einrichtung für Wohnungslose gespielt. Es war ganz süß, dann haben sich alle ganz schick gemacht für das Konzert. Und ich habe eigentlich beim Konzert gar nicht gemerkt, wer jetzt da wohnt und wer nicht. Mit der Schönheit der Musik Grenzen überwinden, der Anspruch von Nils Mönkemeyer. Und so kann man durch den Benefitsgedanken auch wieder Politik machen. So kann es nämlich auch gehen. Wir brechen jetzt eine Lanze für die Bratsche. Wir lehnen uns jetzt mal aus dem Fenster. Was kann die viel besser als die Geige? Also wo wir schon über das Thema Einsamkeit sprachen, Melancholie, Klagen und Singen und eben das Gefühl wie ein brennender Kamin und so ein wohlig, warmer, umhüllender Klang. Das kann die Bratsche. Vielleicht fehlt es ja auch einfach an den Kompositionen, oder? Sie müssen ja quasi gucken, dass entweder neue Stücke komponiert werden für Solo Bratsche oder andere müssen quasi transponiert werden, richtig? Genau. Also das mache ich so. Ich arbeite mit Komponisten von heute zusammen, was auch sehr spannend ist, weil man dabei sein kann und man kann fragen, wie das sein soll. Und ich bearbeite Dinge für mich. Und dann ist es auch noch so, das Repertoire ist nicht so klein, wie man denkt. Also es gibt auch sehr schöne Stücke, die für die Bratsche schon geschrieben wurden. Und man kann auch ein paar Ausgrabungen machen wahrscheinlich. Genau, genau. Was ist das Besondere am Elysium Festival und warum heißt es so? Also Elysium, das beschreibt rosenbepflanzte paradiesische Wiesen, die die Götter den Menschen geschenkt haben, um sich zu erholen und um Frieden zu finden. Und für mich ist das eigentlich die perfekte Beschreibung dessen, was die Musik kann. Also ich, das ist eben das Tolle, finde ich, dass die Musik etwas macht mit mir, was alle Grenzen der Sprache und der Hintergründe und Herkünfte und so weiter einfach komplett überspringt und direkt den Weg ins Herz oder ins Innere findet. Und daher kam auch meine Idee, ein Festival zu gründen und zu sagen, das, was wir da machen mit meinen Musikerkollegen, das ist wirklich dann für alle da. Brauchen wir das heutzutage besonders? Einen elysischen Moment? Ich glaube schon. Also ich merke, dass so die letzten zwei Jahre, wo ich das Gefühl habe, die Grundfesten wackeln doch erheblich, merke ich, dass ich selber eine Zeit lang hatte ich so das Gefühl, ach, was mache ich denn jetzt? Ich kann irgendwie gar nichts tun, weil ich als einzelner Mensch keinen Einfluss habe. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die Musik hat in gewisser Weise für jede Person einen heilenden Moment. Und ich glaube, dass, mir geht es besonders mit der Musik von Johann Sebastian Bach so, ich glaube, dass diese Musik, die spricht das Beste in uns an und nährt das. Und das ist das, was wir tun müssen. Oder das ist auch das, was ich glaube, was meine Aufgabe als Musiker ist, dass ich den Menschen sozusagen einen Moment von Frieden und Glück gebe. Und vielleicht, wenn ich sehr gut spiele, vielleicht kann dann eine Person in dem Moment eine bessere Entscheidung treffen oder fühlt sich erinnert an das Gute in sich selbst. Sie haben ja auch gesagt, Ihre Pflicht ist es auch, das Publikum abzuholen. Wann merken Sie im Konzert, in welchem Zustand das Publikum sich befindet oder wer da ist, ob jung oder alt? Wann kriegen Sie das auf der Bühne mit? Das merkt man eigentlich sehr schnell. Das fällt mir immer besonders auf, wenn ich in einem anderen Land spiele, weil dann irgendwie kommt da so eine bestimmte Art von Energie und dann gibt es ja einen Austausch. Also was glaube ich daran liegt, dass man mit der Musik etwas ganz Persönliches teilt. Also das ist ein bisschen für mich wie auch mit Lyrik zum Beispiel. Also wenn ich ein Gedicht lese, dann entsteht ja bei mir ein Bild. Und dieses Bild ist bei jeder Person was anderes. Und so ist das bei der Musik auch. Aber wir erleben das ja zum Beispiel im Konzert wirklich gemeinsam. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass das Publikum und die Künstler und alle sind so ein Stück zusammengerückt auf die beste Art und Weise. Das geht mir auch so im Konzert. Jüngeres Publikum ist Ihnen auch wichtig, dass Sie ein jüngeres Publikum auch ins Konzertsaal ziehen, auch mithilfe wie Internet und solchen Medien. Wie wichtig ist das heutzutage? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, da geht gar kein Weg mehr dran vorbei. Das ist einfach unsere heutige Zeit, die funktioniert so. Und das finde ich auch gut so. Also ich bin sehr froh über die Möglichkeiten, weil ich ja, ich kann sehr gezielt meine Meinung verbreiten. Oder mein, zum Beispiel, ich kann was einspielen, ein Video machen und dann auf Facebook weiß ich, kann ich das genau den Menschen zeigen, die das auch interessiert. Ich liebe das. Also ich finde das ganz toll. Teilen im besten Sinne. Genau. Wir dürfen jetzt was hören. Ein Stück. Und Bach ist es auch. Was ist es genau? Das ist eine Sarah Baumt aus der ersten Suite in G-Dur. Dann darf ich zur Bühne geleiten. Und das ist ja das Schöne an dieser Sendung, dass das wirklich alles live ist. Hier wird nichts getrickst. Hier ist ein Kunstgenuss wirklich direkt von uns für Sie. Bitteschön. 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 Ich würde sagen, er arbeitet über Unrecht, das passiert ist. Und das stellen wir Ihnen jetzt mal exakt vor. Milo Rau verwebt Bühne und Realität. Im Fokus seiner Stücke gesellschaftspolitische Konflikte. Er recherchiert, reist in Krisengebiete, deckt auf und führt die Geschehnisse vor Augen. Was er tut, ist reales Theater. Für Furore sorgte sein Stück Hate Radio. Hier spielen Schauspieler Radiomoderatoren eines ruandischen Senders, der in den 90er Jahren Propaganda für den Völkermord machte. Die Schauspieler, Überlebende des Genozids, lancieren Hassparolen, rufen zum Mord auf, heizen die Stimmung auf. Theater, das die Realität von damals durchspielt und so den unfassbaren Zynismus spürbar macht. In den Moskauer Prozessen geht Milo Rau noch einen Schritt weiter, baut in Moskau einen Gerichtssaal nach und lässt den Prozess noch einmal führen. Nicht mit Schauspielern, sondern mit Beteiligten von damals. Mit einer wirklichen Richterin, echten Geschworenen, Angeklagten. Unter ihnen eine der Pussy Riots. Sie und andere Künstler wurden damals verurteilt, weil sie Gefühle von Gläubigen verletzt hätten. Milo Rau lässt neu verhandeln. Vorgeschrieben ist nichts, wie es ausgeht, ist vollkommen offen. Die Beteiligten tauschen wirklich ihre Standpunkte aus und die Geschworenen müssen ein eigenes Urteil fällen. Sie sprechen die Künstler frei. Der Schweizer bildet Realität ab und schafft eine neue Realität. So wie auch beim Kongo-Tribunal, seinem bislang größten Projekt. Theater- und Dokumentarfilm, der im Herbst in die Kinos kommt. Darin zeigt Milo Rau die Verbrechen in dem Bürgerkrieg, der längst zu einem internationalen Wirtschaftskrieg um Kobalt und Gold geworden ist. Deckt auf, dass Regierung und Minenbesitzer, aber auch NGOs, UNO und Weltbank darin verstrickt sind. Mit Beteiligten und realen Personen lässt er auch diese Verbrechen in einem Prozess verhandeln. Einmal im Kongo, einmal in Berlin. In einer Zeit, in der noch niemand Recht spricht, weder vor Ort noch international. Das auf der Bühne gefällte Urteil symbolisch. Und ein Appell, die internationalen Verbrechen nicht ungestraft zu lassen. Früher war Milo Rau Aktivist. Heute ist er aktivistischer Künstler. Wenn Sie in diese Länder gehen und diese ganzen Reaktionen, jetzt wenn ich das sehe, von Afrika bis Moskau, was war eine, die Sie am meisten mit überrascht hat, wo Sie nicht mit gerechnet haben an einem Theaterabend im Ausland? Oh, da gab es viele Dinge. Also beispielsweise in den Moskauer Prozessen gab es den Moment, wo die Kosaken diesen Prozess gestürmt haben. Weil die nicht reingekommen sind, oder? Ja, die Kosaken, da muss man sich vorstellen, das ist so eine Art Hobbypolizei, die da eigentlich mehr oder weniger akzeptiert wird von der Putin. Die heißen auch die Kosaken? Das sind die Kosaken. Die stammen nicht wirklich von den Kosaken ab. Also die sind Reitertruppen, aber die sind so eine Art herumwagabondierende Polizei. Die gucken, dass es keine Ausstellungen von Schwulen gibt, dass es keine Dinge gibt, die die Kirche kritisieren. Dann kamen die rein, um uns alle zu verprügeln. Und für mich war das ein schöner Moment, die sahen dann da, da saß ein orthodoxer Priester. Da saß irgendwie der Anführer von Ihnen, der im Fernsehen spricht. Und die merken plötzlich, ich hatte die alle eingeladen. Dann haben sie sich gesetzt, haben zugehört, natürlich haben sie sich gelangweilt. Ein Stück ist ja oft sehr langweilig. Und nach einer Stunde sind sie wieder gegangen. Das heißt, dadurch, dass Sie die Würdenträger gesehen haben, haben Sie sich bewusst, wo Sie waren. Die dachten, was soll das, da ist Pussewalt. Und da sind auch irgendwie die Würdenträger, wie kann das gehen? Es fehlte einer, der gesagt hat, prügelt weiter. Der war nicht da. Funktioniert das wie eine Art Konfrontationstherapie? Also indem Sie diese Sachen nacharbeiten, konfrontieren Sie nicht mit den Opfern, ja auch die Täter und die gesellschaftlichen Formen, die das hervorgebracht haben. Ja, beziehungsweise werden Antagonismen erst sichtbar. Also wenn du beispielsweise in Ostkongo gehst, dann wird dir die UNO sagen, da gibt es keinen Krieg, das ist Postkonflikt. Da gibt es keinen Krieg. Ich stolperte da überall in Vertreibungen, in Massakereien. Und dann wollte ich gewissermaßen durch dieses Tribunal zeigen, dass es diesen Wirtschaftskrieg gibt. Also wer sorgt eigentlich dafür, dass es sechs Millionen Tote gibt in 20 Jahren? Das ist quasi eine Darstellung von dem, was unsichtbar bleibt in der Wirklichkeit. In anderen Momenten geht es mir darum, einfach Widersprüche wirklich nochmal klarer zu machen. Mich hat, als ich nach Moskau ging, interessiert, da ich ja immer den Spiegel las und da ist Pusseweit immer im Recht. Das sind ja auch Freunde von mir. Da habe ich mich gefragt, was sagt eigentlich die Gegenseite? Ich will mal ganz genau wissen, was eigentlich die Gründe sind, dass diese Leute ins Lager müssen, die Künstler. Und das hat mich tatsächlich interessiert. Also mich interessiert auch diese, wie soll ich sagen, diese rechtsradikale, faschistische, orthodoxe Meinung. Die will ich einfach, ich will mir die anhören. Ranlassen und hören. Genau. Wann haben Sie das Gefühl, dass Sie was erreicht haben oder das Gefühl ist, dass Sie zufrieden sind nach so einem Projekt? Währenddessen oder mit Abstand oder nie? Ja, währenddessen ist es ein Flow. Es dauert ja oft Monate lang, wo man durcharbeitet. Man kommt da selten in einen Abstand rein, wo man so sagt, so abends ein Bierchen, jetzt bin ich zufrieden. Da ist man einfach monatelang drin. Und steht vielleicht auch unter Panik oder Angst, dass es nicht funktioniert. Das ist ja oft ein sehr schmaler Grat. Bei dem Kongo-Tribunal war ich sehr glücklich, als das dann tatsächlich funktioniert hat. Weil man hat gesagt, ihr werdet es nie schaffen, dass die Regierung da hinkommt, dass sie die anklagt. Und das war ein Beispielsprozess mit richtigen Richtern aus Den Haag, die wir eingeladen haben. Und das ist der Beweis, dass es geht. Wie erholen Sie sich denn? Also ich fange nochmal anders an, die neuen Themen. Gehen Sie morgens durch die Tageszeitung und sagen, ich muss bald in die Türkei? Oder wie kommen die Themen zu Ihnen? Das sind meistens autobiografische Dinge. Also wir haben kurz dieses Projekt gesehen über diesen Radiosender in Ruanda. Das war 1994, da war ich 17, ich bin 77er Jahrgang und die haben da MC Solar und all diese Sachen gehört, die ich auch gehört habe. MC Hammer, Real to Real und so weiter. Und das war für mich faszinierend, als ich gemerkt habe, dass ich diese Schauspieler getroffen habe, die auch Überlebende des Genozids sind. Wir haben die gleiche Musik gehört. Die einen im Genozid, die anderen in der Schweiz im Gymnasium. Und das war für mich dann... Der Anknüpfungspunkt. Der Anknüpfungspunkt. Wir haben alle Nirvana gehört. Was sind wir für eine Generation? Und das sind oft solche Punkte, es sind oft Zufälle auch. Wie gesagt, ich reise durch den Kongo, stolpere in einen Massaker rein und frage mich, warum wurden hier 30 Kinder ermordet? Was ist der Grund? Was ist wirklich der Grund? Ich will es wissen. Ich ertrage es sonst nicht. Das ist eher eine Autotherapie fast schon. Und Entspannung wäre aber nicht jetzt zu sagen, ich mache mal so einen schönen Shakespeare oder mal so einen Ipsen zwischendurch oder... Ja, ab und zu bin ich schon so ein bisschen, lasse ich mich fast schon zur Oper entführen. Okay. Aber ich bin immer kurz vor Lohengrin wicke ich dann wieder zum nächsten Massaker ab. Aber klar, ich denke schon, ich habe auch einige Projekte gemacht, das sind sehr, sehr stille Projekte, es ist Erzähltheater. Ich habe auch viele Klassiker adaptiert. Das hier war jetzt natürlich eine sehr aktivistische Auswahl, die wir gesehen haben. Also ich glaube schon, dass das auch zusammengehört. Also was da vorher gesagt wurde über die Einsamkeit der Kunst, diese Direktheit, die nicht thematisch ist, die man in der Musik hat, das gibt es im Theater auch. Es gibt ein Berührtsein durch einen Akteur auf der Bühne, das ist ganz unthematisch, undokumentarisch. Da muss kein Schicksal dahinter stehen. Das ist diese Co-Präsenz im Raum. Darum geht es im Grunde im Theater. Was kommt als nächstes? Was ist jetzt das nächste größere Projekt? Das nächste größere Projekt ist tatsächlich sehr politisch. Das mache ich an der Schaubühne. Das ist ein großes Projekt. Das heißt 1917, so ein Historienbogen über die Revolution in Russland vor 100 Jahren. Wo ich mich auch ein bisschen frage, kann man heute eigentlich noch ein Historiendrama inszenieren, so wie Büchner das gemacht hat vor 150 Jahren. Also kann man das überhaupt noch? Gibt das noch, oder vor 200 Jahren fast, kann man das noch machen? Können wir Geschichte überhaupt noch erzählen auf der Bühne? Da sitze ich dran. Wir schneiden den Film fertig, den Kongo-Tribunalfilm. Also wir sind da in einigen Projekten parallel drin. Also ich finde es super spannend. Ich freue mich dann, wenn ich das nächste sehen kann. Jetzt dürfen Sie sich wieder mit mir entspannen in der Runde. Hervorragend. Über Büchner können Sie sich mit Herrn Schilling gut unterhalten. Der hat da mit Wojzeck auch schon seine eigenen Erfahrungen gemacht. Und ich möchte wissen, was bei Facebook reingekommen ist. Was unsere Zuschauer zu dem Thema Politik und Kunst zu sagen haben. Hier haben wir etwas von Katharina. Die sagt, es gibt keine Grenzen, genauso wie bei Satire. Politisierte Kunst muss aufregen, sonst berührt sie nicht. Regt nicht zum Nachdenken an. Also sie sagt, es muss richtig knallen. Dann haben wir einen Beitrag so von, wer sagt das hier? Uta. Ich bin keine Freundin von allzu drastischen Darstellungen. Aber grundsätzlich finde ich es richtig, wenn Kunst gegen was Themen und damit auch aktuelle Politik aufgreift. Also auch pro. Und hier kommt auch noch, ja, ist alles pro. Sabine schreibt, ich finde gesellschaftliche Äußerungen in der Kunst nötig. Und was ist Politik anderes als gesellschaftliche Teilnahme? Also alles für Politik in der Kunst und gegen Flucht. Aber ein bisschen Elysium haben sie trotzdem gekriegt heute Abend auch von uns. Das ist auch gut. Sie sind krass dran. Wir bleiben aber trotzdem noch in einer, ja, in einer hoffnungslosen Stadt und wir bleiben beim Theater. Unser Theaterkritiker Herr Keim war in Essen und dort gibt es eine hoffnungslose Stadt voller Zombies. Es gibt eine Inszenierung vom Trashmeister Jörg Butgereit, der in Essen das schöne Stück, jetzt muss ich den Titel richtig sagen, die lebenden Toten oder Monsters of Reality besucht hat. Und wir gucken jetzt mal, ob er das überlebt hat. Zombies sind in, denn sie sind ein Symbol. Sie stehen für einen außer Kontrolle geratenen Kapitalismus. Hirntote ohne Gefühl, nur noch von der Gier nach Fressen angetrieben. In einem der berühmtesten Zombie-Filme aus den 70er Jahren schwanken die Zombies durch eine Einkaufspassage. Hier im Magazin des Essener Schauspiels lagern auch die Kulissen einer Shopping-Mall, denn dort in so einem Tempel des Konsums spielt die Inszenierung der lebenden Toten. Opa wird von Zombies überrannt. Die bringen eine andere Kultur mit, eine andere Lebensauffassung, ein anderes Traum mit, einen anderen Glauben. Der Regisseur Jörg Butgereit ist ein Genrespezialist. Er hat selbst faszinierende, schräge Horrorfilme gedreht. Nun setzt er den Zombies von früher ein liebevolles Denkmal. Die Schauspieler sehen gruselig und grotesk aus. Meisterwerke der Maske. Einsam und melancholisch schlurfen sie durch die Einkaufspassage. Sie sind die letzten, die übrig geblieben sind. Eine Gruppe überlebenswilliger Kämpfer für die Menschheit, die sich in einer Shopping-Mall verschanzt. Gleich neben der Casa, der Studiobühne des Essener Schauspiels, ist eine richtige Shopping-Mall. Allerdings eine ziemlich tote oder, sagen wir mal, wenig belebte. Normalerweise bleiben die Zombies im Theater, aber in diesem Stück geht es vor allem um die Wirklichkeit. Ich heiße Frank, ich bin 45 Jahre alt und ich komme aus Eritrea. Zurzeit befinde ich mich auf einem überfüllten Fischerboot. Das Stück des dänischen Dramatikers Christian Lolika hat eine politische Botschaft. Es geht um Geflüchtete, Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind und nun als Zombies das Festland erobern. Politisch unkorrekt? Ja, aber nicht nur. Denn hier macht sich niemand über die Geflüchteten lustig. Denn es geht um unsere Angst vor dem Fremden, um unsere Reaktionen. Natürlich ist das kein Zombie, das auf uns zukommt, sondern das Islamische. Und es wird nicht einfach so auf uns zukommen. Es wird sich ausbreiten von innen, wie ein Virus. Der Text an sich ist nicht besonders gut. Die Uraufführung letztes Jahr bei den Ruhrfestspielen war sogar ein ziemliches Fiasko. Aber diese Inszenierung hier in Essen, die ist ein Volltreffer, weil die Regie diese ganzen Theater-selbstbezüglichen Phaseleien rausgestrichen hat und eine richtig gute Idee hatte, nämlich die Zombies, das sind wir. Wir Europäer. Auf der einen Seite haben wir eine sich stetig ausbreitende, globalisierende Welt. Auf der anderen Seite einen beginnenden, sich neu formierenden Nationalismus. Wählt also meine Kinder. Das ist starkes Diskurstheater, politisch und provokant. Diese Schauspieler haben Biss. So, jetzt sind wir, also mal gucken, ob er es überlebt hat. Wir kommen zu einer Welt-Uraufführung, Herr Winder. Leichter Druck, den ich aufbaue. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt alle hier agiert, Sie haben uns alle von allen Seiten gefilmt. Was haben wir denn noch? Brauchen wir einen Titel? Also besser als Westart Live in einer Minute. Haben Sie einen besseren Titel für uns? Das wird sich, glaube ich, jetzt gleich herausstellen, wenn wir es uns angucken. Oh Gott. Aber nicht die lebenden Toten und nicht Einsamkeit, Sex und Mitleid. Ich kann versprechen, das kommt auf gar keinen Fall vor. Gut. Sind wir gespannt? Sind wir gespannt, was er gemacht hat? Okay, dann sagen wir mal, Film ab, ne? So. Liebe Zuschauer, wenn Sie das jetzt hier sehen, dann habe ich es leider nicht geschafft, in der Sendung Westart einen Kurzfilm fertigzustellen. Dann gab es einfach zu viele Schwierigkeiten und Probleme. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Richtige, um solche Filme zu machen. Schade. Wobei auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt extrem viel dazugelernt. Ich weiß, welche Schwierigkeiten auf mich warten. Und ich kann auf die Probleme beim nächsten Mal reagieren. Weil so gesehen bin ich vielleicht jetzt sogar prädestiniert dafür, solche Kurzfilme zu machen. Ich müsste mal drüber nachdenken. So, dafür waren wir jetzt da, ja? Dafür wart ihr jetzt da, ja. Um Sie pädagogisch weiterzuführen. Dankeschön. Und das wurde gedreht wann genau? Das wurde gestern gedreht, weil ich habe natürlich im Vorfeld die Sendung schon mal besucht gehabt und hatte verschiedenste Konzepte entwickelt, was könnte ich hier machen. Und ich habe mich halt für ein Konzept entschieden, was leider in die Hose gegangen ist. Was wäre das Konzept denn gewesen? Dieses Konzept hat vorgesehen, dass der Kurzfilm so aussehen würde, als wären wir in der Live-Sendung. Und die Live-Sendung würde so aussehen, als wäre es der Kurzfilm. Oh, das ist natürlich auch schon ein Hyper-Konzept. Ich weiß. Und das Problem war, als wir gefilmt haben, da haben wir beide uns getroffen hinter der Bühne kurz. Und dabei ist der ganze Gag verloren gegangen, weil ich hätte sie nicht dort hinten sehen können, weil sie ja gerade hier in der Live-Sendung sitzt. Also das Ganze hat leider nicht funktioniert. Und deshalb habe ich mich dagegen entschieden, das jetzt zu zeigen, was wir da gefilmt hatten. Das heißt, das war jetzt also aber quasi der Plan B, der jetzt gelaufen ist. Wenn Sie nicht Frau Hoppe hinter der Bühne getroffen hätten... Eventuell hätte ich es dann geschafft gehabt. Ich habe gerade solche Flashbacks zu Pranks aus meiner jüngsten Vergangenheit, wo ich den Gosling nicht erkannt habe. Aber es ist eine andere Geschichte, meine Damen und Herren. Ich sitze immer in so Sachen, wo auf einmal was anderes passiert. Aber es ist trotzdem, der Plan B war trotzdem sehr schön. Dankeschön. Wir bedanken. Sie kriegen jetzt auch was zu trinken. Sekt oder? Ach, ich trinke ja gar keinen Alkohol. Also gut, dann stoßen wir jetzt nochmal an. Vielen Dank, Herr Binder. Schon mal vielen Dank, bevor wir natürlich noch ein großes Musikwerk hören. Ich darf Herrn Mönkemann und Herrn Schilling schon zur Bühne bitten für das, was wir wirklich lieben bei der Sendung, wenn Leute etwas zusammen machen, was sie sonst nie tun. Ich bitte schon mal auf Position. Ich würde da auch gerne mitmachen. Wollen Sie auch so ein Tamborin? Habt ihr noch für Frau Hoppe ein Tamborin oder irgendwas? Ja, aber mit war auch Tanzen. Ich liebe ja Musik und... Sollen wir durchs Bild tanzen, vielleicht mal mittendrin, ohne Grund? Das könnten wir, machen wir beiden. Ich wollte nur einer Sehnsuchtausdruck gegeben haben. Aber du kannst das. Wir können auch sehnsuchtsvoll hinter der Band stehen, mal zwischendurch. Ja, machen wir das. Das machen wir gleich. Herr Raus, Sie inszenieren uns? Ja, klar. Gut, also dann sind wir bereit. Und Herr Binder filmt es wieder nicht, würde ich sagen. Ja, so machen wir es. So machen wir es. Perfekt. Dann haben wir es doch alle geklärt. Ja, dann freuen wir uns jetzt wirklich auf eine Welturaufführung mit allen Beteiligten, außer Sebastian Binder. Es ist ein Lied von der neuen Platte von Tom Schilling, von Vilnius. Es ist Kalt ist der Abendhauch, featuring Nils Mönkemeyer und die Jazz Kids und Felicitas Hoppe und Thomas Hermanns und inszeniert von Milo Rau und ohne Herrn Binder. Viel Spaß. Viel Spaß. Über mich hab ich heut schon viel nachgedacht, über mich, über mich, über mich. Ich kann nicht behaupten, es hätte mir Erkenntnis gebracht. Quer über die schneeweiße Decke geht ein Riss wie ein Haar so fein. Den habe ich da nie bemerkt, soll er mir ein Zeichen sein. Dann greif ich am All, das Klavier ist verstimmt. Ich bin es wohl auch. Meine Küsse sind bitter, mein Lächeln verlogen und kalt ist der Abendhau. Kinder spüren jede Regung, egal wie zart und wie klein. Sehen Sie, wer ich bin, sind Sie, wie ich war, werden Sie mal so wie ich sein. So denk ich im Stillen und draußen, der Winter ist grausam, ich bin es auch. Mein Kopf ist vergiftet, die Lippen sind blau und kalt ist der Abendhau. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Birke im Hof schläft ein Rabe im Schnee der Neujahrsnacht. Schwarz-Weiß versteinert hockt er da, bis im Grau er zum Leben erwacht. Im Frühling, da lerne ich mit dir den Walzer, im Sommer wirst du meine Frau. Im Herbst dann fallen bekanntlich die Blätter und kalt ist der Abendhau. 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 Das war auch die richtige Stelle.